Hallo und herzliches Willkommen hier zum Bundesliga-Rückblick vom 1. FC Köln von der Saison 2021. Ja, wir reden drüber, über den Anfang und vom Ende sozusagen bis zum Klassenerhalt. Und wir reden über die Transfers, wir reden auch über Markus Gisdor, wir reden über Friedhelm Funkel und vieles mehr. Ja, wie gesagt, wir fangen an mit den Transfers tatsächlich. Und die kamen ja relativ spät von Horst Held, denn es war erstmal Aufräumarbeiten angesagt für Horst Held. Unter anderem ein Sobich, den man verliehen hat, ein Coziello, den man verliehen hat, ein Schaub, den man verliehen hat. Also es kamen sehr, sehr viele Leute zu uns wieder, ein Schindler, den man noch abgegeben hat. Also ihr merkt, es waren wahnsinnig viele und noch viele mehr, die ich jetzt vergessen habe. Also es waren viele, viele Leute, die man nicht verkaufen konnte, sondern nur verleihen konnte. Die kommen jetzt eben, ja, die Saison wieder. Das heißt, der Neue, der jetzt dafür zuständig ist, in dem Fall Kessler und der Jakobs, werden jetzt auch wieder diese Aufräumarbeiten tätigen müssen, definitiv. Und ja, man muss einfach schauen. Man kriegt es einfach nicht verkauft, weil beim FC spielen sie keine Rolle mehr. Und die anderen Vereine wollen sie nicht, weil sie halt bis jetzt keine Leistung gebracht haben. Deswegen, also es wird sehr, sehr schwierig. Dann, wie gesagt, hat man, ja, sehr, sehr spät. Also wenn man überlegt, den Marius Wolf zum Beispiel, ich glaube, der hat fast gar kein Trainingslager mitgemacht. Also von daher, ein Duda kam dann noch, ein Tulu Akudare, über den ja, wie gesagt, auch keiner. Ja, haben wir einfach, ja, soll ich euch sagen. Hat einfach auch nicht das zeigen können, was man vielleicht von ihm erhofft hat. Auch wenn es nicht viel war, was man von ihm erhofft hat. Trotzdem, ja, war es einfach, ja, wie gesagt, war er leider ein Flop. Muss man ganz klar sagen. Ähm, und vom Dennis, äh, vom Dennis, ich sag schon, oh, da kommen wir aber erst im Januar zu. Ähm, nein, ähm, wie gesagt, von, äh, Duda und auch von Marius Wolf fand ich es sehr, sehr gut. Einen Andersson hat man noch geholt, einen John Cordoba, eine Versicherung. Ganz klar, eine Torversicherung hat man abgegeben für 15 Millionen. Ähm, dafür hat man dann Duda und ein, ähm, und einen Andersson geholt. Andersson war ja dann direkt mit Knieproblemen. Also eigentlich, als der kam, hat er schon Knieprobleme gehabt. Und ein Florian Kainz musste dann leider auch, äh, ja, die Hälfte der Saison pausieren. Also da haben wir schon auch ein bisschen Verletzungspech gehabt, definitiv. Auch ein Jonas Hector hat nicht alles spielen können, was er, ähm, ja, was er vielleicht gehofft hat in der Saison. Also es war schon, äh, sehr, sehr bitter, muss man ganz klar sagen, direkt zu Anfang an. Ähm, dann haben wir aber im DFB-Pokal gespielt gegen Ante Licken. Und da haben wir 6-0 gewonnen. Klar ist das kein Gradmesser, ne, also, das ist logisch. Aber trotzdem hat man sich gefreut, dass man 6-0 gewonnen hat und nicht irgendwie 1-0 oder 2-1 oder so. Ja, dann ging's dann los. Die Bundesliga hat sozusagen am 19.09. angefangen und es ging direkt heim gegen die TSG aus Hoffenheim. Es war ein relativ knappes Spiel, allerdings konnten wir das dann auch durch Elfmetermäßig nicht, äh, ja, gewinnen oder auch Unentschieden spielen. Und somit haben wir das verloren. Dann ging's weiter gegen Bielefeld, Gladbach, Frankfurt und Stuttgart, sowie gegen den FC Bayern. Gegen Bielefeld haben wir 1-0 verloren, gegen Gladbach haben wir 3-1 verloren, gegen Frankfurt haben wir 1-1 gespielt, sowie gegen Stuttgart. Und gegen Bayern haben wir dann 2-1 verloren. Also halten wir fest, wir haben den 6. Spieltag gehabt und haben insgesamt 2 Punkte geholt. Das war eigentlich, das war zu wenig, das ist zu wenig. Und man darf ja auch nicht vergessen, man hat ja noch Anfang der Saison, das hab ich schon fast vergessen zu erwähnen, man hat ja Anfang der Saison wirklich mit Markus Gießdorn auch noch verlängert, obwohl er nach Corona, klar, er hat Ende Dezember und Anfang März hat er einen Riesenlauf, da haben wir wirklich fast alles gewonnen und dann kam ja, wie gesagt, die Corona-Pause, dann das erste Corona-Spiel, in dem Fall das erste Geisterspiel gegen Gladbach, das Derby, haben wir ja auch verloren und dann kam eine Negativ-Serie, man könnte fast so sagen wie Bremen, jetzt in dieser Saison so eine Negativ-Serie kam wirklich auch bei uns dann auf. Bis Ende der Saison haben wir, meine ich, fast gar kein Spiel mehr gewonnen. Klar haben wir dann auch mal einen Unentschieden gespielt, aber trotzdem war das einfach mega, mega schlecht. War das einfach mega, mega schlecht und welche Ausrede wurde gefunden, richtig, ja, es sind ja keine Fans da. So, und diese Aussagen wurden ja auch jetzt in dieser Saison noch öfters gesagt, als wir dann, wie gesagt, gegen Hoffenheim verloren haben, als wir dann gegen Gladbach verloren haben, als wir dann gegen Frankfurt nur einen Unentschieden geholt haben, da wurde dann gesagt, ja, wenn wir die Fans gehabt hätten, hätten wir bestimmt dann noch das 2-1 geschossen. Ne, also das war dann schon meiner Meinung nach ein Fehler. Man hätte vielleicht auch Markus Giesdol nicht, erstens nicht so lange vertragmäßig machen sollen. Also da hat man ja wirklich schon das Gefühl gehabt, okay, die wollen jetzt was Langfristiges mit ihm planen. Obwohl man eigentlich schon nach der Saison, wo wir auch 6-1 gegen Bremen verloren haben, also das war ja eh die Peinlichkeit, mehr Peinlichkeit ging eigentlich schon gar nicht mehr. Und da hat man einfach schon gemerkt, dass beim Giesdol einfach die Luft raus ist. So, und trotzdem hat man dann verlängert für 4 Jahre, meine ich, war es, oder 3 Jahre war es. Und ja, wie gesagt, und es zeigte ja dann auch jetzt, wie gesagt, wir hatten den sechsten Spieltag und haben insgesamt zwei Punkte geholt. Also da, das war einfach viel zu wenig, das ist einfach viel zu wenig. Und ja, es ging dann weiter gegen Bremen, 1-1 hieß es da, gegen Union Berlin, 2-1. Also wir halten fest, wir haben bis zum achten Spieltag kein einziges Spiel gewonnen. Oder ein Cover-Spiel gegen Dortmund, wo wir eigentlich überhaupt gar keinen Sieg geplant haben. Und am Ende gewinnen wir das mit 2-1. Also das war auch wieder ein Spiel, wo ich dachte, meine Güte, das gibt es doch gar nicht, ne. Ja, und dann hieß der nächste Gegner, VfL Wolfsburg, Mainz 0-5 und Bayer Leverkusen. Gegen Wolfsburg haben wir 2-2 gespielt, gegen Mainz haben wir 1-0 gewonnen. Das war auch wieder so ein entscheidendes Spiel von Markus Giesdol. Das mussten wir gewinnen. Haben wir dann auch. Und dann gegen Bayer Leverkusen 4-0 wieder auf den Sack bekommen. Dann gegen Leipzig auf einmal, wo wir auch wieder gedacht haben, ja, das verlieren wir auch wieder. Da haben wir komischerweise kurz vor Weihnachten noch ein 0-0 geschafft. Und dann ging halt nochmal am 22.12., das war ein Dienstag, gegen die zweite Pokalrunde weiter. Und zwar gegen den VfL Osnabrück. Und dann haben wir wirklich mit Ach und Krach 1-0 gewonnen. Und dann war erstmal Pause. So, dann war erstmal Pause, dann ging es am 2.1. weiter. Aber dann kamen auch noch weitere Transfers. Weil wir haben ja, wie gesagt, keinen wirklichen Stürmer benutzt. Also wir haben ja, ich glaube, in der Hinrunde haben wir vielleicht einmal einen Stürmer benutzt. Also wenn überhaupt. So, und das war wirklich, boah, wenn ich so nachdenke, war das echt. Wenn du überlegst, du hast in der kompletten Hinrunde einfach mal, oder noch nicht komplett, ich meine, da waren ja noch ein paar Spiele, vier Spiele waren ja da noch, bis die Hinrunde zu Ende war. Aber da hat es so einfach die ganze Zeit ohne Stürmer gespielt. Das war ja auch, wo man denkt, oh man. Ja, dann kam ein Stürmer. Denn Markus Giesdol, äh, Markus Giesdol, Horst Held, wusste, er braucht einen funktionierenden Stürmer. Und der darf nicht so teuer sein. Und dann hat er einfach mal aus dem Hut der Emanuel Dennis gezaubert. Und wir alle so, okay. Noch nie gehört den Namen. War anscheinend auch zu teuer, weil er zu gut ist angeblich. Okay, um ihn direkt zu kaufen. Jetzt ist er aber froh, dass wir ihn nicht gekauft haben, sondern nur ausgeliehen haben. Und Max Meier kam von Crystal Palace. Hat da auch keine große Rolle mehr gespielt. Wollte sich ein bisschen ins Schaufenster spielen. Für andere Vereine auch. Hat auch ein bisschen auf Gehalt verzichtet beim 1. FC Köln. Und von daher war das Ganze in Ordnung eigentlich, die zwei Transfers. Jetzt im Nachhinein wissen wir, dass beide Mann, also Emanuel Dennis, kompletter Flop. Und Max Meier konnte sich halt nie wirklich richtig zeigen. Bei Markus Gisdorl nicht. Und auch bei dem, ja, Übergangstrainer nicht. Aber da kommen wir nachher noch zu. Ja, wie gesagt, dann war Weihnachten. Dann ging es dann am 2.1. gegen Augsburg weiter. Und da haben wir 1 zu 0 verloren. Und dann kam das Debakel-Spiel. Ich nenne es einfach so, weil das war dann am Ende gegen Freiburg. Und wir wissen noch alle, was im Schwarzwaldstadion dann passiert ist. Da haben wir 5 zu 0 verloren. Und das war das allererste Mal in der Saison. Und auch allgemein in meiner ganzen FC-Laufbahn, dass ich, bevor das Spiel nicht zu Ende war, den Fernseher ausgemacht habe. Also das war schon ein richtiger Tiefpunkt, muss man ganz klar so sagen. Und ja, dann ging es weiter gegen Hertha. Da haben wir 0-0 gespielt. Und dann war das allerentscheidende Spiel gegen den FC Schalke 04, was wir dann am Ende 2 zu 1 gewonnen haben. Danke an Thielmann. Und da war auch Markus Gisdorl wieder, ja, sagen wir einfach mal, war der Stuhl wieder am Wackeln. Und der FC hat auf einmal es wieder gezeigt, dass sie Fußball spielen können. Aber wie die Kölner ja auch schon immer so sind, und so wie es auch immer ist. Wir freuen uns. Und dann eine Woche später verlieren wir gegen Hoffenheim in der Rückrunde, das erste Rückrundenspiel wieder mit 3 zu 0. Dann gegen Bielefeld, wieder Markus Gisdorl angezählt, wieder gewinnt der 1. FC Köln gegen Bielefeld mit 3 zu 1. Dann kam dieses DFB-Pokalspiel gegen Regensburg, was heute noch, also was ich denke, mein Gott, ey. Abseits, doch keine Abseits, neue Regel, doch keine neue Regel und keine Ahnung. Und faul von einem Kölner und Abseits. Wir wissen es, was am Ende dann ins Elfmeterschießen noch gegangen ist, was wir dann am Ende 4 zu 3 verloren haben. Und somit waren wir raus aus dem DFB-Pokal. Gut, viele haben gesagt, okay, dann können wir uns auf die Bundesliga konzentrieren. Aber das war schon, das war schon bitter. Das war schon bitter, muss man ganz klar so sagen. Dann ging es gegen, ja, wieder Derby. Ich sage nur Elvis Rexpecay, zweimal. Und die Welt war in Köln wieder in Ordnung. Nach dem 2-1-Sieg gegen Gladbach. Und dann haben wir einfach mal, da mussten wir danach gegen Frankfurt, Stuttgart und den FC Bayern München. Die Frankfurter haben wir 2-0 verloren, die Stuttgarter haben wir 1-0 verloren und gegen Bayern haben wir 5-1 verloren. Dann ging es gegen Bremen, da haben wir 1-1 gespielt. Da war der Markus Giesel wieder am Backeln, da hat man gesagt, oh, jetzt kommt Union Berlin. Das haben wir dann 2-1 verloren und dann haben sie aber auch wieder gegen Dortmund ein gutes Spiel absolviert. Haben 2-1 geführt in der 90. Minute und dann kriegst du kurz vor Schluss das Gegentorf mit von Erling Haaland und somit stand es dann am Ende 2-2 und du dachtest dir nur so, Mann, schaukelt das Ding doch einfach nach Hause und wir gewinnen hier und holen drei Punkte im Müngersdorfer Stadion. Das war dann nicht so und wir haben dann am Ende noch einen Unschieden gespielt, was eigentlich gefühlt irgendwie wie eine Niederlage geklungen hat, aber trotzdem warst du natürlich zufrieden mit dem Unschieden, weil Borussia Dortmund halt, ja, da denkst du eigentlich auch nicht, dass du einen Punkt da holst. Dann ging es weiter gegen Wolfsburg und das haben wir am Ende 1-0 verloren und dann wurde das entscheidende Spiel wieder für Markus Giestol in dem Fall gegen Mainz 0-5. Wenn er das verloren hat oder auch nur einen Punkt geholt hätte, wäre er sehr wahrscheinlich, ja, wenn er sozusagen gewonnen hätte, wäre er geblieben. Wenn alles da drunter ist, in dem Fall Unschieden oder Verloren, wäre er gegangen und so war es dann am Ende auch. Am Ende war das Glück dann auch nicht mehr da und die Mannschaft konnte dann doch nicht mehr die Leistung abrufen, die er sonst immer mit Ach und Krach gerade noch so geschafft hat und wo wir dann gerade noch so gewonnen haben. Das war dann gegen Mainz nicht der Fall. Die Mainzer haben 3 zu 2 gegen uns gewonnen und somit war das Schnitzel verbrannt, sag ich mal, und somit ist Markus Giestol dann entlassen worden und er war dann einfach auch nicht mehr tragbar. Viele Fans sagten viel zu spät, man hätte schon gegen Bremen, gegen Union Berlin oder auch gegen Dortmund schon längst reagieren müssen, aber jedes Mal war es einfach so da oder war es dann einfach so, dass man dann wieder gemerkt hat, oh, jetzt klappt ja anscheinend doch und dann kann man ihn ja doch lassen, aber es gab genug Gründe, ihn früher zu entlassen, auch gegen Freiburg, wo wir 5-0 verloren haben, da hätte man auch schon längst sagen können, nee, das geht nicht mehr so weiter und hat man aber nicht und dann gegen Mainz war es dann einfach auch endgültig, da konnte man auch nicht mehr anders, ja, das machen, man hat dann auch 6 Punkte noch verspielt, also man war eigentlich mehr gerettet als im Abstiegskampf und dann am Ende hat Markus Giestol die auch einfach verspielt, die Punkte und somit war es dann einfach nötig. Ja, Friedhelm Funke kam dann für die Rettung, sag ich mal, es ging dann direkt los im 17.04. gegen, ja, Derby wieder, gegen Leverkusen, das wir allerdings dann nicht gewinnen konnten, 3-0 hieß es dann und wir dachten schon, okay, wenn wir gegen Leverkusen verliehen, gegen Leipzig verlieren, dann wird der Fisch gegessen sein, gegen Leverkusen haben wir auch verloren und dann gegen Leipzig einfach 2-1 gewonnen, das war, ja, wieder, das war wieder so unerwartet, das habe ich live gestreamt hier auf Instagram, nicht hier auf YouTube, aber auf Instagram und da war ich einfach fassungslos, dass wir einfach auch gegen Leipzig gewonnen haben, das war Wahnsinn. Dann 3-0 Führung gegen Augsburg, das nächste Spiel, auch Wahnsinn in der ersten Halbzeit, ich weiß es heute noch, wie unglaubwürdig ich da bei The Zone geguckt habe und auf einmal war dann da, ja, 3-0 Führung, aber wie gesagt, 3-2 dann am Ende noch, weil wir einfach in der zweiten Halbzeit nicht mehr so gut gespielt haben und die Augsburger das auch einfach clever gemacht haben. Dann gegen Freiburg, gegen die konnten wir irgendwie diese Saison überhaupt nicht gut spielen, denn da haben wir erst 5-0 verloren und dann am Ende 4-1 in der Rückrunde, also irgendwie Freiburg war unbesiegbar in dieser Saison, zumindest gegen uns und ja, das war erst mal wieder ernüchternd, wo man gedacht hat, eigentlich hast du nicht schlecht gespielt, aber am Ende machst du einfach die Tore nicht und dann stehst du hinten, ja, war ja am Ende auch Polen offen, also allein die 2 Tore am Ende, wo es dann am Ende 4-1, also es hätte eigentlich 2-1 stehen müssen und dann hättest du, also das hat auch wieder gezeigt, wie schnell die Köpfe nach unten gehen bei den Spielern beim 1. FC Köln, wenn sie dann 2-1 hinten liegen, dann machen die hinten alles auf und dann kassierst du da 4 Tore noch oder in dem Fall noch 2 weitere, in dem Fall 4-1 verlierst du das dann, das war dann auch eigentlich so eine Sache, wo man denkt, unnötig. Dann gegen Hertha, meiner Meinung nach, das entscheidende Spiel, Friedhelm Funkel hat das ein bisschen anders gesehen, er hat gesagt, oh, wenn wir das unentschieden spielen, das ist in Ordnung, gut, jetzt kann man sagen, Friedhelm Funkel hat alles richtig gemacht, für mich waren die das Unentschieden allerdings zu wenig, aber gut, wir haben am Ende 0-0 gespielt und dann das aller entscheidende Spiel und wir wussten, wir haben es nicht mehr in der eigenen Hand, wir müssen hoffen, dass Bremen und Bielefeld am besten verlieren, Bielefeld hat leider gegen Stuttgart gewonnen, aber die Bremer auf unseren Freunden aus Gladbach, kann es auch keinem erzählen, ja, auf die Schützenhilfe war Verlass und haben sozusagen gegen Bremen gewonnen und wir haben dann kurz vor Schluss dank Sebastian Bornau, der ja sehr wahrscheinlich leider nächste Saison nicht mehr beim 1. FC Köln dabei sein wird, ich hoffe es natürlich, dass wir ihn irgendwie halten, aber ich ahne, dass das nichts werden wird, gut, 6 Millionen, da kann ich mir, oder 8 Millionen, da kann ich mich nur kaputt lachen über den Schmattke, also 8 Millionen, das ist für den, für den Innenverteidiger an Bornau, der ist jung und jetzt schon so talentiert, also da zählt, also 8 Millionen zahlst du ja mittlerweile für jeden normalen, soliden Innenverteidiger, es ist ja wirklich nichts 8 Millionen, nichts, es wäre ja wirklich, da kannst du direkt verschenken mit Schleife drum, also von daher, da hoffe ich auf jeden Fall, also ich bin, also ich sage ganz klar, 15 Millionen sind meine, ist mein Gebot, 15 Millionen für Bornau, dann okay, aber unter dem Wert nein, und ja, wie gesagt, dann haben wir gegen Schalke gewonnen, wir waren sehr happy, wir hatten die Relegation sicher gehabt, klar, wir wussten dann am Sonntag, okay, wir müssen Sonntag gucken, wer ist es, Bochum, Fürth, Kiel, wer wird es sein, und am Ende wurde es dann Holstein, Kiel, und wir sagten, okay, gut, mal schauen, die sind vielleicht auch ein bisschen müde, von den ganzen englischen Wochen, die sie jetzt hatten, allerdings zeigt auch Hertha das Beispiel, dass das auch nicht ganz der Fall ist, dass man dann müde ist, und ja, da sind zu Hause in Köln, und das war ein echt, ganz, ganz schwaches Spiel, Hochsel, oder nicht Hochsel, sondern Markus Giesel, Mann, die sind beide nicht mehr dabei, nein, Friedhelm Funkel hat halt gesagt, gut, ein Unschied zu Hause reicht, dann musst du halt auswärts gegen Kiel gewinnen, hat nicht ganz geklappt, wir haben am Ende 1-0 verloren, durch einen Eingewechselten, der zwei Minuten auf dem Platz war, und dann ein Kopfballtor gemacht hat, und dann aber das Rückspiel, und ich dachte schon, oh, ja, zweite Liga, wir werden kommen, und wir werden es nicht mehr verhindern können, weil ich einfach nicht an so eine Mammutaufgabe gedacht habe, dass wir es wirklich schaffen, also am Ende dann 5-1, ich konnte es nicht glauben, gerade die ersten zehn Minuten schon drei Tore insgesamt, ja, obwohl es auch wieder sinnbildlich war, du führst 1-0, und die Torhymne läuft bei mir noch, und wir kassieren in der zweiten Minute, oder in dem Fall dann zwei Minuten nach dem Tor, kassieren wir dann einfach mal, ja, das Gegentor wieder, also das war auch wieder, ich hier noch am Jubeln, und dann sehe ich da schon das Tor, das war auch, wo ich dachte, oh Mann, ja, und dann haben wir es wirklich am Ende geschafft, und ich fand das, ja, das war Wahnsinn, was da auch, und da fragt man sich als Köln-Fan schon, warum nicht die komplette Saison so über, ja, dann waren wir voll im Freudentaumel, und wir haben noch gejubelt, und auf einmal kam die Nachricht, Horst Held ist nicht mehr beim 1. FC Köln, kam natürlich sehr früh, gar keine Frage, aber allerdings war es auch nicht falsch, jetzt die Entscheidung schon zu treffen, weil, wenn man ihn entlassen wollte, weil, ja, die Planungen müssen ja jetzt auch schon laufen für die kommende Saison, also von daher war das vielleicht einen Tick zu früh, weil man noch so gefreut, so Freude hatte, und dann hieß es übrigens, Horst Held ist nicht mehr dabei, das war schon sehr überraschend, aber, weil es so früh war, aber eigentlich, jetzt im Nachhinein, muss man ganz klar sagen, was auch Horst Held so gemacht hat, gerade nach, das war einfach eine Scheiß-Saison, das kann man einfach nicht anders sagen, weil, sorry, wenn du so knapp die Klasse noch hältst, dann ist es eine Scheiß-Saison gewesen, jeder würde sich belügen, wenn er jetzt sagen würde, das war eine gute Saison, nein, das war eine schlechte Saison, der Kader war nicht gut zusammengestellt, wir haben gefühlt, eine ganze Saison ohne Stürmer gespielt, ein Dennis hat nicht eingeschlagen, ein Max Meier hat nicht funktioniert, ein Tulu Akudara hat nicht funktioniert, gut, der hat auch nicht viele Chancen bekommen, aber trotzdem, also von daher waren viele, viele Spieler nicht, ja, Bundesliga-tauglich, klar, Andersson kam dann an den letzten Spielen, haben ja auch, dann auch gezeigt, was er eigentlich kann, aber auch das, ja, wie gesagt, er hat vier Spiele gemacht, von 36, also von daher, ist das wirklich sehr, sehr wenig gewesen und von daher kann ich, umso mehr ich den Rückblick hier, jetzt gerade auch mache, umso mehr kann ich nachvollziehen, dass Markus Giesdol und auch Horst Held nicht mehr dabei sind, ja, wie gesagt, das war mein Rückblick eigentlich, also wie gesagt, am Ende mit Aron Krach, den Klaasner hat noch geschafft, ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, würde mich sehr freuen und auch ein Abo, vielleicht schaffen wir die 400 Abonnenten, würde mich sehr freuen, schaut auch gerne auf meinem Instagram-Account vorbei, denn die DFB-Elf ist morgen dran und das werde ich live auf YouTube kommentieren, live auf Instagram kommentieren, sowie auch das Spiel gegen Portugal, werde ich auch auf Instagram live streamen, also schaut auch gerne da vorbei und das Spiel gegen Ungarn werde ich auf YouTube kommentieren, also schaut auch gerne da vorbei, wie gesagt, die ganzen Termine sind auch bei meinem Instagram-Account verlinkt, also schaut auch da gerne, wie gesagt, vorbeilast, gerne einen Follower da und würde mich sehr freuen, ja, schreibt wie gesagt auch eure Meinung zur Saison in die Kommentare, würde mich mega interessieren, wie ihr die Saison gesehen habt, vielleicht habt ihr auch Verbesserungsvorschläge oder auch noch eine andere Meinung, sag ich mal, zu dieser Saison, also auch zu diesen verschiedenen Sachen, die ich jetzt gesagt habe, zu den Transfers, wie fandet ihr die und so weiter und so fort, schreibt gerne mal rein, wie gesagt, wir sehen uns morgen schon wieder, denn dann kommt meine Meinung zum Spiel Deutschland gegen Frankreich und ja, nach dem Spiel sozusagen, also so wie auch beim 1. FC Köln das ist, so wird es auch hier weitergehen mit den, ja, Spielen von der deutschen Nationalmannschaft, ich wünsche dir natürlich viel Glück und hoffe, dass wir möglichst weit kommen im Turnier und ja, wie gesagt, das war mein Saisonrückblick vom 1. FC Köln, FC, klar, wenn jetzt nochmal, jetzt vielleicht ein Transfer, wie zum Beispiel Marco Uth, ja, kommt, werde ich natürlich auch ein Video raushauen, also es wird jetzt nicht so sein, dass jetzt zwei Monate oder ein Monat jetzt nichts kommt, sondern nur Deutschland, sondern es wird immer abwechselnd kommen, mal was vom FC, dann wieder Deutschland, dann wieder FC, dann wieder Deutschland und so weiter und so fort. Bis dahin, macht's gut und ciao, euer Niklas.